Wie man eine Raumkapsel verlässt Von Alison McGee 1. Echtes Maisbrot. Hast du so eins schon mal gegessen? Brot, das in einer gusseisernen Pfanne gebacken wird, die man im Ofen erhitzen muss, während man noch den Teig anrührt. Ganz heiß muss der Ofen sein, so heiß, dass du Ofenhandschuhe anziehen musst, bevor du die Tür aufmachst. Dann nimmst du die Pfanne raus und gießt etwas geschmolzene Butter hinein, dass es zischt. So heiß muss die Pfanne sein. Dann folgt der Teig und noch bevor die Form zurück im Ofen ist, wird der Teig braun und fängt an den Rändern an zu stocken. So ein Maisbrot, so eins meine ich. 2. Es gibt alle möglichen Arten von Maisbrot, sagte mein Dad immer. Das Nichtsüße aus den Südstaaten, das Süßliche aus dem Norden. Und natürlich Dads Maisbrot. So wie er das sagte, hörte es sich wie fettgedruckt an. Du weißt schon. Dads Maisbrot. Die Liste seiner Zutaten hatte er im Kopf. Vielleicht experimentiere ich heute Abend mal wieder damit. Ich versuche nämlich, sein Rezept zu rekonstruieren, damit das Brot genauso schmeckt wie bei ihm. Die gusseiserne Pfanne verwahre ich bei mir im Kleiderschrank. Eier sind im Kühlschrank. Butter auch. Milch ist keine da, aber ist schon okay. Wasser tut's auch. 3. Manchmal muss man sich den Tag rauslaufen. Weißt du, was ich meine? Ihn sich durch die Fußsohlen rauslaufen. Dollar only hat jetzt geschlossen. Mit meiner Schicht bin ich gleich fertig. Es ist Dienstag. Das heißt, meine Mom hat Nachtschicht und merkt nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Hinter dieser Tür warten die Nacht und die Bürgersteige. Noch den Mob auswringen, Eimer ausleeren, mich im System abmelden. Major Tom Tschüss sagen. Der schon wartet, dass er abschließen und durch die Hoftür zu seinem Wagen gehen kann. Major Tom ist nämlich kein Fußgänger. Die meisten Leute sind das nicht. Ich schon. 4. Heute Abend ist sogar die Luft dunkel. Das kommt vor. Dann fehlt nicht einfach die Sonne, dann spürt man die Dunkelheit. Wenn du ein Geher bist, ein echter Geher, dann finden deine Füße von selbst den Weg. Manchmal führt der richtige Weg an all den Orten vorbei, die du liebst. Am Dom, am Park, am Markt mit seinen Ständen. Manchmal führt der richtige Weg an manchen Orten eben nicht vorbei. Orten, die du liebst, an denen du aber gerade eben unmöglich vorbeigehen kannst. Zum Beispiel Playa's Haus, zum Beispiel der Voodoo-Laden, zum Beispiel die Brücke über die Fourth Street. 5. Lass deine Füße den Weg finden. Du merkst es, wenn das geschieht. Dann lass den Tag aus dir heraussickern. Lass alles, was dir in den Kopf kommt, frei darin herumschweben. Was heute Abend in meinem Kopf ist? Maisbrot. Dieses dunkle Maisbrot aus der gusseisernen Pfanne, so wie mein Dad es immer gebacken hat. Und das zerschlissene kleine Tuch, das Playa jeden Tag im Rucksack mitschleppte, damals in der Grundschule. Und das Kistchen ganz hinten im Voodoo-Laden, mit den hundert Segenssprüchen, alle chinesisch durchnummeriert. Heilung für dein gebrochenes Herz. Eine Wolke aus Geborgenheit für dich. Ein Licht für eine friedliche Nacht. 6. Den Job im Dollar-Only habe ich so bekommen. Es gab da einen Aushang im Schaufenster, dass sie jemanden suchten. Wieso hier? fragt Major Tom. Wieso Dollar-Only? Ich muss langsam mal anfangen zu sparen fürs College. Und wo hast du unsere Anzeige gesehen? Ich komme praktisch jeden Tag hier vorbei, auf dem Weg zur Schule. Ach ja? Schule? Welche? Mountain High. Hm. Es gibt da einen Song. Rocky Mountain High heißt der. Schon mal gehört? Ähm, ja, meine Mom steht drauf. Na, dann sag deine Mutter, sie hat einen guten Geschmack. Kannst du auch abends und am Wochenende arbeiten? Wie ist die Mutter? Ja, danke. Wie ist die Mutter? edere Buch. Vielen Dank.